Am 12. Mai ist der Tag der Pflege. Das soll unser Stadtschuss sein für die Kampagne gegen den Pflegenotstand. Ich möchte euch animieren. Werdet aktiv, sucht vor Ort Bündnispartner, bildet Kampagnenräte, geht vor die Krankenhäuser. Wir liefern Informationsmaterial, Ideen, denkt euch selber kreative Sachen aus. Denn ich finde, vom Pflegenotstand ist so ziemlich jeder hierzulande betroffen oder kann jeder hierzulande betroffen sein. Es sei denn, man kann sich die teure Privatklinik in der Schweiz leisten. Also das ist etwas, was viele Menschen zusammenschweißt. Und deswegen lasst uns aktiv werden und habt vor allen Dingen Spaß dabei.